Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen wieder zu einem Dual mit Laura9. Hallo Laura. Ja, hallo. Hallo Zuschauer. Wir sind hier auf einem Borg. Dem höchsten Berg übrigens in ganz Los Santos. Ja, Mount Chiliad. Ja, müssen wir erstmal die Aussicht genießen. Und noch ein PSN-Freund dabei, ist auch noch dabei, der SiroGrolloLP. Moin Moin. Let's Play, der macht sicher auch Let's Play. Ja, 100%. Der macht LP, der macht bestimmt Let's Play. Ich spür. Scout Clown. So, jetzt wechseln wir mal hier. First Person. First Person, ja. Mega geil. Weil. Besonders die Billigknarre. So. Fallschirm hat jeder. Ich hab auch. Ja, komm, wir gehen alle mal dahin. Sollen wir den runterschießen, oder? Nee, das nicht. Oh, der Jump. Komm, wir springen runter und dann öffnen wir den Fallschirm. Sofort öffnen. Ich spring. Sag, öffne das Ding, Digga. Oh, scheiße. Ich find's in First Person ist falsch ein bisschen schwieriger. Ich bin direkt hinter dir. Oh, nee, das ist jemand anders. Oh, komm, wir fliegen mal bis... 180. Nein! Nein! Du musst aufpassen, gell? 360 Grad drehen. 360 Grad drehen. Oh, aufpassen. Wenn du hier landest, dann hast du aber einen langen Weg nach unten. Das kann ich dir sagen. Du bist wirklich in der Pampas. Ja, ich bin tot. Oh, scheiße, nein. Hast du noch einen Reserve? Nein, es fliegt dir Bock. Und schon wieder. Hast du noch einen Reservefallschirm oder irgendwas? So, SirocrolloLP ist hinter mir. Sieht man gut mit dem blauen Fallschirm. Also, wir haben noch einen Livestream. Eine M herlaufen, beide. Genau. Bei mir sind jetzt drei Zuschauer da. Bis jetzt. Was? Ist ja der Wahnsinn. Drei Zuschauer. Krass, ja. Geht auf jeden Fall ab. So, wo ist jetzt? Oh, Laura, ich sehe dich. Also, was heißt, ich sehe dich? Guck mal. Ja, ich freue mich. Du bist irgendwo hier oben. Au, 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 au. Soll ich kommen mit dem Auto? Ich komme mit dem Auto, warte. Ja, mach. Ja, komm mit. Weil da oben, das dauert ewig, bist du wieder. Ja, ich freu mich die ganze Zeit. Ja, ich glaube dir. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal das Auto hier von der Frau. Hey, moin, moin. So, ballern die natürlich erstmal ab. Zeugen können wir nicht gebrauchen. So, und holen den Lauer ab. Ich war auf Tränen-Gas, dann siehst du, wo ich bin. Okay, warte. Ich komme gerade. So, jetzt müssen wir nämlich da hoch. Ich hoffe, das funktioniert auch auf der PS4. Auf der PS3 hat es ja wunderbar geklappt mit dem Auto hochzufahren, aber auf der PS4 ist es ja alles ein bisschen realistischer. Man nimmt Schaden. Man nimmt Schaden mit Tränen-Gas. Ehrlich? So muss es sein. Warte, ich verreckt bald. Oh, Laura, ich komme. Die Karre hat zu wenig PS. Warte mich. Ich bin aber gleich da. Warte mal, wirf mal ein bisschen Tränen-Gas, dann habe ich dich. Ah ja, du bist ja schon. Es geht nicht höher. Ja, ich komme. Die Karre hat zu wenig PS. Die ist ja nur noch ein Katzen. Ich mach Handbremse rein. Okay, Handbremse ist drin. Nein! Nein! Schnell, ich rutsche weg. Ich bin tot. Scheiße, ich war schnell. Ich rutsche gleich weg. Warte. Ah, ich rutsche weg. Warte, ich war auf die Gleise da unten. Ich war auf die Gleise. Was auf die Gleise? Okay. Rückwärtsgang rein hier. Meine Ego-Perspektive. Im Unterfeld blickt man gar nichts. Ja, da blickt man gar nichts mehr. Oh, du bist ganz davor. Warte, ich komme. Warte, ich komme. Warte, ich komme. Warte, ich komme. Vielleicht machen wir mal einen Glitch noch zusammen, oder? Ja, können wir auf jeden Fall auch mal machen. Bringt wir mal einen Glitch. Ein paar Glitches aufdecken, da hätte ich jetzt auch Bock. Und jetzt dann bald unsere neue Serie starten. Ja, genau, auf jeden Fall. GTA-Serie. Mit Palladu. Heißt es, ein YouTube-Channel. Ja, das wird bestimmt cool. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, dann machen wir ein paar Challenges. Yo, können wir auf jeden Fall machen. So, okay. Ich würde sagen, das war's. Oh, was kommt denn da an? Was ist denn das für ein roter Punkt? Halt mal an, halt mal an. Lass noch im Militär reinjumpen. Lass mal. Halt an. Der ist auf dem Motorrad. Ein Gegner. Den kriege ich. Oh, das ist er ja gar nicht. Was hab ich denn grad abgeschossen? Egal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Eure Gamescom auf der Playstation 4. Und euer Lauer9. Ciao. Ciao.